Der letzte Flug von Tegel um 15 Uhr Der letzte Flug von Tegel um 15 Uhr ist einer Maschine der Air France vorbehalten. Sie fliegt nach Paris. Die Air France war vor 60 Jahren auch die erste Gesellschaft, die in Tegel im damaligen französischen Sektor Berlins gelandet ist. Im RBB Fernsehen kann man den letzten Start live mitverfolgen. Die Sendung beginnt bereits um 14.30 Uhr. Die Bundeswehr soll bei... ...die I Sing von George Gershwin... ...und damit das Music Studio auf Nachdem und noch weiter läuft, TikTok weiter läuft... ...dursch 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 ...dursch